Morgens in den Reben zu stehen und auf das Land hinaus zu blicken. Die Wärme der Sonne im Gesicht und ihr Funkeln im Tau. Hand in Hand neben Freunden und Familie zu arbeiten. Seit Jahrhunderten im wärmsten Ort Deutschlands. Auf dem Rücken eines alten Vulkans, dem Kaiserstuhl. All das verbindet uns und hält uns zusammen. Und, natürlich, der Wein. Was wären wir schon ohne ihn? Die Essenz dieser Erde, dieses Lebens. Traube für Traube. Liter für Liter. Wir lassen ihn atmen und sich finden. Mit neuen Methoden und bewährter Tradition. In einem der größten Holzfasskeller Deutschlands. Wir führen ihn in ein neues Zuhause und geben ihm unseren Namen. Denn er ist ein Teil von uns und unseres Lebens. Und wir Ihringe teilen, was wir lieben. Underüst? In einem der größten Holzfasskeller Deutschlands.